hallo ja so hallo ja jetzt ist ein bisschen so jetzt so jetzt aber gut so ja dann mal herzlich willkommen bei meinen ja mein video oder natürlich quasi mit dabei hier wieder von mein christ 65 und ja wir waren ja kurz mal ein bisschen kürzer hier so und zwar ja ist es ja so und zwar wo ich natürlich was sie hier zweiten part hatte ich was er machen hier natürlich war sie nicht nur ein paar sondern mehrere parts natürlich was ich gleichzeitig hier wieder richtig reagiert und ja mal sehen ob ich ja heute was hier gutes reagieren kann und ja aber schade dass er auch hier natürlich was er der kleine renä schien und noch nicht hier sein hashtag top youtube hochgeladen hat finde ich echt echt schade muss ich mal hier irgendwann da woher anschreiben aber wann denn wohl keine ahnung ja deswegen ja so ja also wir können ja natürlich reagieren aber man könnte zum beispiel bei grond natürlich reagieren der macht auch ins besonders geil aber auch was anders wir gucken mal was wie hier wird es mal unter abos natürlich was alles wo jemand wohl nehmen wir können ja vielleicht wohl anfangen jetzt mal hier bei stefan schneider soll reagieren vielleicht wird er kurz geht natürlich weiß auch aus an den berlin also martin berlin stefan schneider und ja fahren wir mal einfach mal am besten mal an also hier am besten manchmal kurz mal jetzt ist das hier der hier schärfer schneider natürlich weiße und ja also der stream der halte auf jeden fall über ps4 mal auf dem mobil handy aber ja ich finde seine übersicht kann man nicht zum schlechten eltern sagen meine übersicht auch ist etwas anders als hier bei ihnen aber ist ja halt wohl egal und er hat ja auch gar was gar keils drauf nur hier von seinen bekannten gesichter nur und ja außer nur hier der einzige oder was sonst hätte man ja gern freuen dass er hier bei ihnen auch gerne so ich guck mal ob der hier noch playlist ja einigermaßen ja auch kommt man ja längste leiste gemacht und er wollte eigentlich weil sie auch noch hier 24 stunden mainstream wollte eigentlich was er stefan schneiders musikmix so also hat er nicht auf ich wirklich ist aber gut und kohle und heißt dich ja einfach kohle und es heißt dieser liche zion weil er sei ja nur ein fan an den zion wohl zu sagen als getan und ja also ich finde es echt ist relativ gut und ja heute wollen wir mal natürlich weiße ein oder zwei kurze video natürlich was er kurz darüber also sollte er in der regel nicht so lang sein hier so häschlich kris reagiert und deswegen ja gucken wir also also wir reagieren mal kurz mal bei ihnen also wir werden mal kurz mal ja anschauen weil ich habe echt mal gedacht da wird er ja natürlich was begänzlicher wollte gehen aber wiederhalte wahrscheinlich weiß er nicht so schnell sein ich versuche mal ein bisschen hier auf den ebenen zugleich so passend so dass er halt so in sicherlich geht so und ja schauen wir mal rein was der wohl laut ist ja gut ein stück oder reichen stück wohl darauf ja erzählt bis gleich so ein wunderschönen guten tag und guten namen auf meinen kanal wir werden heute müssen GTA zocken endlich wieder mal nicht dabei live streamen ich habe vergessen natürlich meine ankündigung zu machen dass ich live stream mache aber ich hoffe alle die mich abonniert haben kommen heute rein und diese Uhrzeit ja ja der hat er wohl bestimmterweise vergessen hier nebenbei das ist ja wohl seine ankündigung macht der machte eigentlich weiß er fast immer hier seine ankündigung aber hat er wohl vergessen das heißt er hat er wohl probieren diesmal hat mein system gleich funktioniert ich hoffe euch hat meine zwei videos gefallen dann könnt ihr mal rein stellen das werden wir auch mal sehen und dazu reagieren ja mal gucken wer heute alles noch dazu kommt wir können ja dann geht hier auch noch zocken und ich werde heute keine jetzt drauf nehmen ich werde zulassen dass sie mal paranämie räuche mit durch das hat der techniker zu mir sagen wir müssen die ps4 weg bringen und warum auch immer und was mit dem lüfter funktioniert nicht richtig einfach mal gucken was macht heute und ja im moment gibt es noch keine ahnung wer noch mit dem chat ist aber einfach mal abwarten wer noch kommt weil man sind zwei leute drinnen aber was ich auch noch dazu ja noch er sage also der hat auch ja an diesen zeit also ja natürlicherweise hier eine yacht gekauft für sechs über sechs millionen dollar einfach mal hin dazu auf dem tisch also aus dem punkt noch nie rausgegeben also das ist hört sich ja echt echt ja heftig an also nicht als hier normal aber das ist echt ja heftig also das ist ja wirklich wirklich total aber kann man auch natürlich was er später dazu mal mal das community das hier komödie unterhaltung finde ich ja wo er der würde auf jeden fall ja sagen ja ich wollte mal genau hier in der acht wird schon mal dumm dumm soo mit die kiste nehmen wir denn ich weiß nicht ich kann mich wieder mal nicht entscheiden welche ich nehmen soll aber schön dass er auch da drunter auch noch geschrieben hatte hier ich bedanke für die abonnenten 140 macht sich und so wie gucken so die mich nicht abonnieren haben 5 47 nee nee 74,2% ach du meine ja bestimmt wir sprühen wir mal ein bisschen weiter hier wir sprühen wir mal ein bisschen weiter als langweil ist durch das denken dumm 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 was will er jetzt in den juli für noch wird geile Karo aus dem Oldtimer oder warte so der will er hier bestimmt mehr kaufen ah so sieht das aus wow sieben Millionen was schon in sieben Millionen über sieben Millionen über sieben Millionen schau mal schau mal ob das heute klappt aber wo ist das gibt es denn nicht alle hier äh dieser länder ja angezeigt so war das ja für mich eh schade typisch geht ja oh nein lieber mod rockstar games schau mal ob er heute mit macht ich müsste erst schau mal ob das wirklich klappt ne immer noch ein kleines Problem da ok man wir können ja zumindest mal gucken wir können ja zumindest mal gucken wir können ja einfach davor ja 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 6 7 8 Mille holen wir finden oder mit mir glütschen ich bin der Eindruck es war hier es war hier bei mir glütschen ich glaube nicht das genau da fehlt mir noch einmal diese Summe die machen wir einfach noch mal nochmal auf oh man es das ist so typisch das ist so typisch christen da dir ja typisch weil der schaute so gerne bei need to know und deswegen ja jetzt sicher natürlich was an sie selbst oh man aber bevor es auch noch dazu noch hier an oh man das macht echt ja natürlich mal so bock auf und lustig natürlich aber also ähm ich wollte erst mal gucken ob ich meinen Schiff finde irgendwo naja ein bisschen Spaß muss sein oba äh äh warte ja so so jetzt aber so äh so so also jetzt schauen wir mal also ich finde es ja auf jeden fall also ein bisschen interessant aber auch auch ein bisschen lustig natürlich was dahinter weil ich ja dahinter geschrieben habe auch mit zocken inhalieren und sowas hehehehe wie man natürlich was was jeder wohl kennt hehehehe so jetzt gucken wir mal ein kurzes video was auch dazu kommt hier mein paket für die playstation 3 zum alle sie mies angekommen also das bedeutet der hat er wohl hier seinen kamera für den ps 3 ja bekommen wie also wir doch bekommen und hat gucken wir mal jetzt mal wenn es nicht mehr so lange dauert dann wäre es auch genau ne so warte mal jetzt muss ich wieder hier auswählen weil es gibt es ja wieder einen geilen modus dass man extra das macht ja ich hätte ja auch gesehen hat die ich war so auch ja so mein lieben leutchen heute ist das paket angekommen für die ps 3 wir werden das öffnen ähm mit einer hand ist ein bisschen schwierig aber es geht schon eine hand ist schwierig sonst könnte eigentlich weiß ja der techniker wenn er da ist das kurze mal halten den kamera hehehehe oh mein so sieht das echt mal aus dass man sowas mit schuld und asche da einfach weil ich da liegen gelassen hat also ich hier werkzeuge auf dem boden oh mein so eine kleine aufwahrung lieber herr schneider günst bei nächstem mal erst mal ihre zimmer auf zu wollen ich muss schon mal dass ihr meine anschrift nicht sieht naja anschrift ist ja sowieso scheißegal schau dir eh nicht zählt so wirklich mal was da sein könnte die schere ist scharf wie sau die schere ist scharf wie sau also jetzt meine ist nicht so scharf wie sau oh jetzt sieht man nichts ah jetzt steht offen oh geil zeitungsunterlagen auch noch hehehehe schön da ist alter wie der ist ja auch noch eingepackt ist hier in der solche äh hier wie man natürlich weiß er diese blätter oder so nein nächste und äh das war ihr ding zu ihr gewissen dass es äh entsprechend dieses kommission hier blättert sich man hier da reinsteckt ihr wisst ja was ich meine in den also nicht in den ordner sondern hier klassisch vor oder so weil ich ja halt ungefähr halt da ist das gewünschte bauteil auch noch noch genau und dann kann ich es noch einstellen genauso das war ihr alter wie sieht es ja da hinten aus eh warte kann ich einmal so machen oh alter alter zieht mal das mal an als ob das so viele meint hier hier geraucht alter boah das ist ja wirklich ja nicht gut eh wirklich nicht gut extra nicht gut alter nix gut was ist bauteil für die playstation 3 ah und das ist diese kamera für den playstation 3 ah hallo kamera fällt ja noch der bruno mit seinem kameramann genau bruno mit ich bin der bruno ich bin der kameramann für wie gesagt für das live stream für sein live stream setup also das heißt es war schon mal benutzt worden gucken wir mal wenn denn soweit ist lecker das sieht aber wirklich lecker aus also wenn er natürlich weiß eine frau aussieht und ja alter guck mal alter so viel hier was soll ich denn sagen so viel zigaretten auf dem arsch habe ich ja noch nie sowas wie im leben gesehen normalerweise entsorgt man ja ganz sorgfältig aber nicht so lassen auf dem tisch auf dem fisch den armen fisch was er hat das finde ich echt echt ein bisschen was er da unten was sind da unten hier warte kann ich ja wohl mit dem stift hier markieren ja ne so ich meine natürlich quasi hier äh da unten dieses furzloch also dieses furzloch das ist echt so zu sagen als ob das in der furz hier aus dem arsch ist so keine ahnung ob das wirklich aus dem arsch ist oder gewesen keine ahnung wirklich keine ahnung ob das wirklich aus dem arsch hier oder sowas ist ey das ist eklig eklig stell dir mal vor die frauen werden auch hier irgendwie zu sehen und dann hier auf dem boden so eine das will ich ja auch überhaupt nicht hier sehen dass es sowas gibt ey also dieses arsch ritz alter feuer also hier schau bitte meine damen und herren nicht da rein also auf jeden fall hier nicht rein ja alter feuer ob das alles funktioniert ja sie sieht meine arbeitstische sieht nicht so schön lecker aus so das war's nämlich genau das war's dazu kommt dann demnächst noch ein headset so und das war's meine lieben das war das paket und irgendwann kommt dann noch unser headset mit seinen arsch ritz das ist echt heftig also auf jeden fall echt heftig krass das ist ja mega krank mega krank auf jeden fall mega krank leute mega krank boah so was habe ich noch nie gesehen das ist ja ne video so macht der könnte eigentlich weiß er offenbar hier in guten raum legen die hier den karton offen ist und das einfach rausnehmen aber nicht sowas ich werde langsam kotz nein spaß zur seite nein spaß zur seite so wir kommen natürlich weiter gleich wieder und dann schauen wir noch ein video bei ihm vorbei so sind wir jetzt sind wir wieder zurück so jetzt schauen wir noch dieses kurzes video an kurz mal und dann aber das ist ja echt in der voller länge muss ich mal sagen voller länge jetzt versuche ich mal ein bisschen hier ein bisschen zurück zu spulen ja es dauert ein bisschen das bisschen endlich mal vorangeht na also jetzt gehts so er hatte auch immer früher mal auf jetzt ich schaue also auf entsprechend ja auf den ps3 das gibt bei mir auch ganz einfache lösung so dann hoffe ich dass der controller auch voll ist also machen wir den hier noch schnell aus controller voll ist wie wird der jetzt schnell einmal gedrückt einmal piepen fertig controller nehme ich einfach mit das geht mich schon automatisch an sieh mal an ich muss bloß die tastatur und die maus umklemmen da habe ich mir auch was einfallen lassen habe ich hier einfach so ein adapter kabel dran da mein verteiler unten der versteckt ist so dann geht der controller erstmal rüber ich habe noch einen anderen controller den zeige ich euch später aha da muss ich nämlich erstmal was reinstecken in 2000 jahren oder was die ps3 die ihr jetzt nicht sieht aber die ps3 ist jetzt schon an so hast du unten ja wohl ich weiß dass du das machst das spiel ist nicht drin ok ich guck mal was hier oben so rum liegt oh hol einfach alles raus aus dem cd gut gut als ps3 erstmal kein spiel ähm ich habe philips 3 gta 5 wohlgemerkt dann habe ich philips 3 ähm das habe ich auf Xbox 360 gta 5 da finden aber eine eine ein also da finden aber bei einem Spiel irgendwie die die cd irgendwie irgendwo oder was ähm weil ich ja doch ab und zu mal auf den Rechner dann auch zocken kann habe ich nämlich ein bisschen was ingebaut aber irgendwie fehlt mir da trotzdem die cd ich weiß nicht wo die abgebilden ist ist ja auch egal ähm zocken wir aber nicht ähm most wanted einfach mal ist auch geiles spiel ich hoffe wir einfach mal gucken wir uns mal an wie sich da verhält das ist wie sagt ähm kleiner dauert das eigentlich wollte ich ja schon dass wir ihr gezeigt haben euch aber irgendwie kommt es jetzt dazu egal schieben wir sie erstmal einfach rein so er wird auch sofort an zu lehnen also zu laden und so weiter so und da ist sie er startet auch automatisch ich zeig euch mal den anderen controller ich geh mal mit zum fernsehen ich weiß ja auch welchen wow was eigentlich steht ist na zeig doch mal wie gesagt das ist hier der originale aha dann können wir mal kurz hinlegen das ist der nicht originale ah der fake kontroler ah ja jetzt zeigt er wow man kann ihn so rumstellen dass er dann blinkt und ich hab hier gerade eine spinne die noch um den Pferd runterläuft äh nur nicht mehr geil lecker ich bin mit der fliege ich bin alle rein also von dem Grund kein Problem und irgendwie sehe ich gerade dass meine Kamera wieder mal echt verrutscht ist dass nicht alles angezeigt wird doch das ist natürlich auch wieder mal echt nett so ach speicherkarte Problem ist auch noch am Start jawohl man kennt es aber zur Not habe ich ja noch Internetspeicher das ist seit und der hatte eine Fenster von Panasonic und ich hab PS3 kein Headset aber ich hab mir was bestellt das war da auch über Steam für die ich meine meine nach besser und ja so online geht die würde man auch kann man gehen mal gucken ob es geht eigentlich müsste es gehen ja so bist du jetzt da drin könnte man vielleicht online zocken wenn ich denn diese Mitgliedskarte holen würde für die PS3 bei Sony dann könnte man die auch im Internet abzocken lassen ja aber ich brauche ich habe ja für die ich auch nicht habe ich aber nicht will ich auch nicht habe ich noch nicht aber weiß ich nicht weil ich erstmal durchtesten muss ob die wirklich flüssig durchläuft wie sagt ich hatte ja Probleme wenn ich jetzt auch klar habe ich sogar mal anfangen zu laden einfach mittendrin das habe ich nicht gemacht einfach mal gucken und genießen wenn es funktioniert wir schwimmen aber ein bisschen weiter wissen in fort so aber was ich auch natürlicherweise damals auch das ich habe ja auch damals das auch Most Wonders auch gezockt als ich klein war habe ich hier bestimmterweise ein Video gedreht über mein Handy weil ich habe ja auf dem Computer das gezockt bestimmterweise ja ich habe ja auf jeden Fall auf dem Computer gezockt also damals weil ich könnte ja eigentlich ich weiß auch hier aufnehmen aber aber ich ja dann wohl in der Zukunft dieses Spiel nicht mehr ja keine Ahnung wieso aber egal aber das war auch mal fantastisch gewesen war egal jetzt sieht mal die nächste Zeit richtig krass aus wo er vor ich möchte ich ich ja heftig ich heftig also wirklich das heftigste überhaupt jeden Zeit auf jeden Fall auf jeden Fall na wo will der jetzt denn hin keine Ahnung ah der hat ne hier links gefunden ja auf alle bei dem genau mit ich weiß nicht aber ich weiß nicht ich weiß nicht also es ist nicht hm hm ich hab gedacht der wird ja eigentlich was auch da ist ein mal Bugatti komm steig doch der Bugatti ein der ist schnell den speichern wir mal so drück so sieh also ich ich finde sie echt nicht schlecht aber wohl steuere ich nicht so ganz einfach muss man sagen wo mit das ist der poliz naja aber gut bestimmt nach der jahre aber ich finde echt ach man ja ach das ist ja damals hier wo der hier geht ja online krass und da zockt er auch noch hier doch hier schon mal geht er online oder was krass lol geht ernst aber hier krass nicht krass also nicht so was wunders aber es gibt keine anderen sicht weit 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 war ich das oder was aber sie können an sich und so dachte ich wollte ob ich ja wohl ich hier nicht geht aber es stimmt ja wohl nicht ja das sieht ja auf dem ps3 aus ich finde es natürlich mal so sagen echt nicht schlecht auf jeden fall auf jeden fall ich bin mal kurz bei hier dem bildschirm größer bisschen größer also ja so so was ja ich mal reichen also auf jeden fall muss sagen ich finde ich echt hier die videos was er macht echt gut außer nur hier mit seinen müll im zimmer liegen zu lassen ja darauf müssen wir ja leider mal hier meckern leider mal aber so was er macht ist ja eine rolle meine oma ist der kind ja auch relativ was er zion habe ich ja auch gehört dass der auch hier also den ältesten zion kann ich ja ja suchen aber der hat ja jeden also anfang mal falsch geschrieben was der wohl heißt äh 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 was äh wie er wohl heißt oder so ne ich ich schreibe mal ne das heißt so lieber stefan schneider und nicht was anders ne also so ist das der zion so ist der zion leute und vielleicht machen wir mal reaktion hier vielleicht ja auch an den zion vielleicht mal irgendwann mal wer weiß aber ganze gut und klar so jetzt muss ich mal gucken wo ich hier irgendwie wieder zurück kann ja so also auf jeden fall hatte natürlich macht er natürlich was echt gut aber natürlich weiße so äh muss ich mal sagen ich natürlich weiße mache ich einfach ein bisschen besser natürlich weiße und ja das ist ja klar ja fünf abos mehr als stefan schneider aber immerhin also natürlich weiße von meiner meinung nach ja der fahrt sieht also echt super geil gemacht und mit zocken inhalieren und so ich war es ehrlich jetzt sondern der macht auf jeden fall gutes video natürlich wasser kurs live stream raus und ja ich hoffe mal dass er auch noch ja noch in verschiedenen jahren wohl weiter wohl macht bestimmt auch erreichen wie der zion ja machen mal gucken ob das natürlich wasser entsprechend klar ja als sicherlich lohnt so dann wollen wir mal ein bisschen ja langsam wohl beende hier den meinen aufnahmen das zieht ja ich habe natürlich wasser weiter fort und deswegen macht er natürlich wasser so groß dass man natürlicherweise ernsthaft ihr wohl nicht darüber erzählt aber gut so natürlich schon weiß ich könnte ja gerne ein abo da lassen eine like da lassen sowie glocke aktivieren so verpasst du ja keine weitere folge dann schickt natürlich weiße in verschiedenen social media relativweise heraus und natürlicherweise also hier natürlich war sogar vorbeischauen noch zu guter letzt ihr den sachen inhalieren ja das war es eure chris von 60 germany mit schaum und au guter letztendlich geht geht